Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück in der Welt von Jurassic World Evolution. Wir haben ein kleines Stromproblem. Das bedeutet, wir brauchen eine kleine Power Station. Ja. Und darauf sparen wir jetzt einfach mal. Ah, oder warte mal. Vielleicht habe ich sogar mit dem Strom, muss das nur verbinden. Das wäre echt genius. Ah ne, Lichtpower, ja. Also doch. Okay, wir haben jetzt hier mehr Strom. Ähm. Ah, hier. Okay, improved. Habe ich jetzt hier Strom? Ja. Incubate Dinosaur. Ich habe noch währenddessen kurz den Edmontosaurus hier, äh, untersucht, äh, erforscht. Aber ich würde sagen, ich warte erstmal auf den Triceratops. Weil Triceratops ist cooler. Geiles Wetter hier, by the way. So. Dann inkubieren wir mal einen Triceratops. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch einen zweiten Dinosaur, sobald wir genügend Cash haben. Und die schicken wir schon mal wieder weg. Okay. Unsere Triceratops ist fertig. Schauen wir uns den Kleinen mal an. Oh ja, ist ein ganz feiner, süßer. Oh ja, freilich. Ja. Bisschen feiner, ne? Ich sehe, dass du einen Triceratops haben musst. Das könnte jetzt so schön sein, aber das wird nur für etwa eine Woche dauern. Warum das denn, hä? Wird er denn hässlich oder was? Was hat das jetzt bitte? Fühlen bis also zuhause von ihm, ganz ehrlich. So, dann mache ich gleich noch einen zweiten davon. Ah, kann ich noch nicht, ne? Noch nicht wegen K-K-Kält. Eeeh. Ich brauche Geld dringend. Die Mission ist auch richtig kacke. Hier Construct and Power a Viewing Gallery. Dafür bekomme ich eine Million hier. Und einen Dracorix. Aber, w-w-was ist die Viewing Gallery und wo finde ich die? Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah, da ist sie. Ah. Okay. Ähm, dann packe ich das mal hier ran irgendwie. Wie rotiere ich das nochmal? Ah, okay. So. Oh, was hier hin einmal, ja. Äh, dann einen Weg hin. Requiertes Power. Ja, jetzt haben wir das Problem wieder. Diese brauchen ja auch alles Strom, was soll das? Sehr schön, da habe ich gleich genügend Strom. Ah, das ist ja ein Traum. Er ist erkältet. Oh mein Gott, du hast einen schulden Dinosaur an deinen Händen. Es ist Zeit, ihn zu verraten. Oder, was kommt dann? Das wird auch an deinen Händen sein. Äh, wie denn, hä? Wie, wie, wie soll ich denn bitte? Gott. Ah, Dr. Dua. Dies ist unser neuer Direktor von Operations. Ich bin sicher, Kabibs. Ich bin Dr. Dua. Ich rieche die Wissenschafts-Division unserer Operation. Okay. Ja, hier. Ja. Ja, shit. Äh, Digi, halt durch. Nein. Er ist nur auf 86% Health. Du darfst das doch nicht verrecken, Junge. Ohne dich habe ich gar kein Geld mehr. Ja, ist okay. Ja, scheiße, Alter. Hä? Ich brauche schnell Geld. Dafür bekomme ich ja, weil ich das richtig verstanden habe, bekomme ich dafür eine Million. Wenn ich jetzt hier noch 200.000, ich, ich muss das jetzt machen. Ich, weil ich es richtig verstanden habe, dann geht das so. So, ich packe jetzt hier das Teil hin. Oh, ja, okay. Jetzt muss ich eine Million bekommen, oder? Ja. Eie, jetzt kann ich ihn heilen. Ich rette dich, mein Freund. Ich rette dich. Ja, ist okay, ist okay. Ich muss ihn, ich muss ihn retten. Das ist, was die Untertitel-Division der Envy der Rest. Wir bekommen die Resultate. Ja, ist okay. Ich suche schon Platz hier. Hörst du es? Hm, ich wollte nur sagen, dass... Nein. Nein. Nein, nein, nein. Warte mal, hier. Later, Doc. Ja, komm, halt mal die Backen. Ich muss hier einen Dinosaurier retten. Was ist denn mit euch? Ihr diskutiert über irgendeine irrelevante Scheiße rum? Wir haben ja einen Notfall, ja? Äh, Operation Stranger Station. So, jetzt. Wieso kann ich das denn nicht... Was ist denn euer Problem? Was ist denn jetzt schon... Alter, ey. Ich kotze im Strahl. Ja, hier passt es hin, so. Das ist mega kacke, aber... Ey, bevor man den Dino verreckt... So, jetzt bitte beeil dich. Wie viel HP hat der noch? Oh, nee. Der ist fast im kritischen Bereich schon. Oh, Junge. Halt durch, Willi. Aber wie heißt du, Dietmar? Halt durch. Also, Strom müssten die ja haben. Hier ist noch genügend unused power. Das passt. Oh, Junge. Come on. Das schaffst du. Zieh durch. Ich glaub an dich. Ey, Dickie. Ich kann echt relaten, so, ne? So eine Erkältung ist richtig asozial. Aber... Bruder, du schaffst es. Low Health. Nein, nein, nein. Jetzt... Beeilt euch doch. Du musst deine Dinosaurier beinhalten. Seine Gesundheit ist eine wichtige Rolle. Kein Problem. Kurz, langsam. Mein Dino verreckt hier. Da kommen sie. Okay. Schneller. Jetzt geht doch mal richtig Gas hier. Wo sind die denn? Wo fahrt ihr? Alter. Okay, die fahren wirklich straight dahin. Ja, ist auch kritisch langsam hier. Der hat nur noch 40 HP. Der verreckt bald. Kann ich in die Ego-Perspektive gehen? So, mehr oder weniger. So, auf geht's. Und lasst euch nicht auffressen, ja? So, Tür auf. Tür wieder, bitte direkt zu. Okay, ja. Ball ihn ab. Ball ihn ab. Okay, okay. Nochmal. Kommt schon. Beeilt euch doch. Er ist bald tot, Jungs. Ihr schafft es. Oh, nicht getroffen. Ey, was könnt ihr eigentlich? Irgendwann ist schon, dass ihr den gerade hier zum Ausgang treibt. Okay, jetzt raus mit euch. Und lasst ihn am besten, äh, drin. Steckt ihr jetzt fest, oder was ist mit euch? Gut, er redet doch Deutsch mit mir, oder zumindest Englisch. Jetzt glaubt er irgendwas auf Spanisch hier, ey. Ich fass es ja nicht. So, Achtung, Jungs. Er kommt auf euch zu, ne? Ich will es nur erwähnt haben. Okay. Okay, alles easy. Okay. Er lebt. Und es geht ihm besser wieder. All right. Puh. Das war mal ein Ding. Unserem Trietze hier geht es aber gut, oder? Wo ist denn der? Hallo, lebt ihr noch? Bist du noch da? Ei. Wo ist denn der? Ah, scheiße, du brauchst Food, ne? Okay, ja, ich packe hier mal noch. Hier kriegst du Happy Happy. Und da kriegst du auch nochmal Happy Happy. So, jetzt geht ich auch mal damit zufrieden, okay? Und jetzt kriegst du vor allem noch einen Mate. Und zwar einen Trietze nochmal. Und dann kriegst du auch noch einen Edmontosaurus hier als Kollegen. Und da drüben packen wir noch einen zweiten Ceratosaurus hin, würde ich mal behaupten. Und das schauen wir uns auch mal an. Hier, Apply Reduced Upkeep One. Okay. Was ist hier? Ah, neue Dinger. Dracorex, Triceratops, Dracorex. Ja, nehmen wir. Dann bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und peace.